Am besten du hältst dich da raus. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ist das dein Ernst? Was kann denn schon groß passieren? Du solltest meine Ahnung nehmen. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Kann dir doch egal sein. Das hat uns gerade noch gefehlt. Als wenn das so einfach wäre. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. Ist das dein Ernst? Was kann denn schon groß passieren? Am besten du erledigst es selbst. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Du solltest mein Rat annehmen. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Kann dir doch egal sein. Das hat uns gerade noch gefehlt. Als wenn es so einfach wäre. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Wer ständig alles rum erzählt, darf sich nicht wundern. Ist das dein Ernst? Ich hoffe, das erledigt sich von Geld. Hör bloß auf mit der Scheiße. Dober auf mit der Scheiß nicht in. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018